Und damit Moin zusammen und herzlich Willkommen zurück zu einem weiteren Video. Und ja, heute mit einer Tierlist zu unserem Lego Star Wars, die komplette Saga, Let's Play. Und ja, mit der weiß natürlich, niemand geringeres als der Black Knight. Und ja, hier sieht man auch verschiedene Kategorien, wie zum Beispiel hier, Don't try it Anakin. I hate you, so uncivilized. There's also a bigger fish. Hello there, I'm your father. I have the high ground and the chosen one. Und ja, nur ich sagen, beginnen wir mit dem ersten Level. Und ja, was würdest du dazu sagen? Ah, kannst du ja aussuchen. Ja, nee, wir wissen ja schon zusammen. Ja. War an sich schon, war schon gut. Ja, also. Ich würde, also ich glaube, Hello there passt eigentlich gut. Also es war nicht perfekt, es war okay, es war gut. So, wenn ich schon eine Note geben würde, wäre es eine 3+. Ja, also ja. Hello there. Hello there. Auf Naboo. Schwer. Ja. Fand ich ehrlich gesagt schlechter, bin ich ehrlich. Nicht komplett schlecht, aber. Ich würde es unter dem anderen setzen. Ja. Ich würde, there's also a bigger fish, oder? Genau. Das war mir ehrlich gesagt zu lang, das Level. Also. Oder nee, 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 warte mal. Das war ja noch okay. Das hier war zu lang. Warte, was war das nochmal? Das war auf Naboo. Äh, Dings. Wo man, äh, glaube ich, nur, äh, was war das, ich glaube, Prinzessin Leia und Captain Panaka gespielt hat, hier in dem Level. Und hier waren es ja alle. Mit Anakin als Junge, weißt du noch? Ja, das, das war richtig lang. Das war richtig nervig. Das fand ich, also ich würde es mit dem so gleichsetzen. Das fand ich auch cool. Ja. Ja, es war nicht, also es war nicht top, aber es war, es war schon gut. Also ich würde auch hello there. War, war gut. Ja. Äh, Podracer rennen. Ja, ist okay. Ist okay? Wo würdest, was würdest du sagen? Äh. There's always a bigger fish. Würde ich machen. Würde ich auch sagen. War okay. Also, äh, ja. Das Level, ah, so uncivilized. Ja, ja. Nee, nee, das ist es nicht. Es ging einfach nicht. Das ist es nicht. Der Kampf mit Maul, sag ich ehrlich. I have the high ground. Ja, das hat schon gebockt. Der Kampf war schon richtig geil, Alter. I have the high ground. Welches Level? Ach, das Fluglevel stimmt. Ah, war okay. Ich glaube, wir haben halt ein bisschen zu lange gedauert. Ich glaube, wenn ich mich daran... Ich weiß, über Coruscant war es schon cool und so, aber so wirklich gekickt hat es auch nicht, ne? Nee, das nicht. Ah, ich weiß nicht, ey. Schwer. Hat ein Fluglevel, ne? Ja. Aber würdest du es mit dem anderen Fluglevel auf der gleichen Ebene setzen? Mit welchem? Also mit dem anderen, was wir... Mit dem? Mit dem Podracer, meine ich. Podracer. Boah, schwer. Was würdest du sagen? Ich fand es besser, aber... Ja. Ich würde es sogar gleich setzen. Gleich? Ja, es war okay. That's also a bigger fish. Auf Camino. Fand ich ganz nice so. Weil es war cool mit der Klonentdeckung, aber es war schon irgendwie ein bisschen lame. Aber der Part am Ende mit Jango Fett, den fand ich nice. Ja. Ich würde sagen... Was würdest du sagen? Äh. Ich würde sagen, hello there. Hello there, ja. Würde ich auch sagen. Auf Geonosis. Fand ich war auch gut. Also ich fand sogar eines der besseren. Das hat mir echt gut gefallen, das Level. Ich würde... Was würdest du sagen? Äh... Ja... Ich fand es sogar besser. Ich gehe mit I'm your father, würde ich sagen. Ja, ich glaube schon. Das war schon gut, das Level. Boah, Digga. Geonosis Arena. Ey, das war... Das war schon gut. Ich würde... Ich weiß nicht. Nee, nee, nee. Ich glaube... I have the high ground. Aber genau. I have the high ground. Ja. Brauchen wir nicht drüber reden. Das war absoluter Rotz. Nee, nee. Äh... Kampf mit Doku? Fand ich... Ja... Ich fand ihn mit Maul schon nicer. Bin ich ehrlich. War schon nicer. Würdest du sagen? I am your father. I am your father, ja. Oh, über Coruscant die Schlacht. Junge, das hat richtig gebockt. Oh, das... Äh... I... Ja... I have the high ground. Safe. I have the high ground. Ich finde das sogar das geilste Fluglevel. Ja. Finde ich auch gut. Kampf Doku, Anakin und Obi-Wan. Fand ich war ein bisschen kurz, muss ich sagen. Aber es war schon geil. Kurz, aber gut. Ich würde sagen, I'm your father. Ja. Wäre es ein bisschen länger, dann wäre es vielleicht der Chosen One, aber... Ja. Oder I have the high ground, aber ich finde so ist okay. Äh, Grievous. Würde ich auch ähnlich einranken. War schon cool. War schon cool, aber... Ja. Was würdest du sagen? Schwer, ne? Äh, ich bin mir ehrlich gesagt echt nicht sicher. Ich würde sagen, ich packe es in... I have the high ground. Also ich finde schon, so I'm your father, da passt es eigentlich schon am besten hin, würde ich sagen, oder? Ja. Also, genau. Hat schon gebockt. Also ich fand, das war auch so auf der Ebene so. Und vor allem, war mal so ein bisschen was anderes, ne? Du bist halt so ein bisschen hin und her gejumpt und so. Also, das war schon ganz cool aufgebaut an sich. Auf Kashyyyk. Äh, das war ja, wo Yoda da auf diesen Dings, auf dem Bäum da rumgetanzt ist und so. Ja. Äh. Es war okay. War okay. Ich würde, there's also a bigger fish. Ja. Auf Jedi, Digga, das war schon cool. Äh. Im Jedi-Tempel. Stimmt, ja. In Sicherheitsaufnahmen da. Was, was sagst du? I'm your father. Ja? Das war schon nice, das Level. Doch, doch. Ja, komm. Da kann ich mich noch echt gut dran. Ja. Freude und Segen zugleich. Das stimmt. Das, äh. Es war schon krampf, das Level. Vor allem am Anfang. Es war schmackhaft. Aber es war schon episch, Digga. Es war schon episch. Anfang war gefühlt schlimmstes Level. Äh, Anfang war hier. Äh. Aber Ende war hier. Ende war hier. Deswegen. The Chosen One. Vor allem Obi-Wan, Anakin. Ja, haben wir ihn. The Chosen One. Muss halt sein. Aber es ist halt, das gehört dazu halt eben. Ja. Weil ich muss sagen, das ist wirklich das schwerste Level im kompletten Spiel. Ja, das haben wir wie oft wiederholt. Ich weiß. Ich glaube, wir sind am Anfang, ich glaube locker, das ging irgendwie fünf Minuten lang oder so. Nur so die, äh, Dings. Die paar Platten da überspringen, weißt du doch? Oh, das war richtig ätzend ey. Aber nachher der Kampf, der hat richtig gebockt. Ja. Also, ich finde, das gab es halt gar nicht mehr im Game, weißt du? Nee. Also, ist schon The Chosen One. Anfang, wie gesagt, hier. Aber nachher The Chosen One. Ja. Episode 4. Neue Hoffnung, dann mit dem ersten Level, mit Vader. Ja. Ja, ich weiß nicht. Ich fand's okay. Nee, ich hab's nicht so gefeiert. Nicht so? Nee. Gar nicht? Irgendwie gar nicht. Es ist halt, ja. Okay, also, ich bin bei Hello There. Du sagst bestimmt so uncivilized. Einigen wir uns hier? In der Mitte, ja. Gut. Ich fand's irgendwie so ein bisschen so lang gestreckt. Ja, das stimmt. Auch schwer auf Tatooine, Dobi. Ah, schwer. Komplett Kacke oder... Sags und Gang. Schwer. Warte ich aber auch nicht so geil, das Level. Kannst du nerven auch mit dem nachher in dem Wagen da drin, weißt du, bei den Ewoks. Nicht Ewoks. Ja. Diese kleinen Männchen auf Tatooine. Wie heißt die nochmal? Ja. Äh. Ach, keine Ahnung. Nee, Ewoks waren ja Dings wie von Chewbacca die Dings. Äh, die Spezies da. Ja. Wie heißen die nochmal? Ich komm grad nicht drauf, aber du weißt, welche ich meine, ne? Mit den kleinen, mit den grünen Augen da oder so. Ja, ja. Kleinen Männchen. Ah, ich fand's echt nicht geil, das Level. Oh, man steht so wie nice. Ja. Han Solo in der Bar fand ich schon nicer. Das war, glaub ich, das erste Mal mit Han Solo, oder? Ja. Ja. Ich würd besser, also, mega, there is also a bigger fish. Auf dem Todesstern fand ich geil, bin ich ehrlich, das fand ich geil, das Level. Das war schmackhaft. Das war schmackhaft. Ich würd's. Ah. Hä? Würdest du machen? Hm. Schwank gerade. Ich würd hello there. Was war das hier nochmal? Ja. Ah. Welches Level war das denn nochmal? Also, die sitzen da alle auf dem... Äh. Was war das? Hey. Ah, das war, glaub ich, danach. Stimmt, doch, doch, doch. Das war, wo man nachher irgendwie ausgebrochen ist und so. Irgendwie, glaub ich. Ah. So ganz schwach, kann ich mich dran erinnern. Da muss man irgendwie raus, glaub ich. Ja. War auf jeden Fall schwächer, glaub ich. Ja, entweder eine schwache Leistung, oder... Okay, ich sag nichts, ist ein bigger fish. Ich kann mich auch nicht mehr so ganz genau dran erinnern. Das hier war schon big. Mit dem Todesstern mit den X-Wings. Stimmt, das war heftig. Das war ein geiles Fluglevel. Ich würd I'm your father. I'm your father. Hat, hat, hat's verdient. Ja. Auf Hoth war auch schon cool. Bin ich, sag ich ehrlich, war cool. War cool, aber... Ich weiß nicht, weil... Ich glaub, das ging ein bisschen länger, oder? Ein bisschen länger. Ich würd mit Hello there. Ich glaub, das passt eigentlich ganz gut. Ja, an der Mitte. Ja. Hello there. Das hier... Ah, nicht so, ehrlich gesagt. Mhm. Das war's. Gibt bessere, auf jeden Fall. Das passt ja nicht mal... Ach, doch, hier. Jawoll. Äh, mit dem X-Wing. Ah, was war das noch? Stimmt, wo die Metruinen-Sätze verschören mussten, glaub ich. Ja, stimmt. Er hat diese eine Level. Ah, hat mir auch nicht so gefallen. Nee. Entweder... Ja, entweder das, oder das untere. Auf Dings. Schwer. Das war ja auf Dagobah. Mit Yoda. Ja. War auch okay. Ja. Das war geil. Das war stark. Wir haben's hier. Guck's dir an. I am your father. Ja, muss. Muss. I am your father. I am your father. Ja. It is what it is. Auf Bespin. Das war ja das letzte Level. Das war auch cool, wo wir ausbrechen mussten, weißt du? Das fand ich cool. Das hat gebockt. Es ging, ja. Also du sagst schon Bigger Fish. Einigen wir uns hier bei Hello There. Hello There. War gut. Ah, nee. Das war's nicht, ehrlich gesagt. Jabba's Palast, das war's nicht. Ach so, ja, ja. Nee. Nee, das war's nicht. So unzimilar ist, Alter. Das war's einfach nicht. Nee. Äh, das fand ich besser. Mit Boba Fett. Ja, aber es war nicht top. Bigger Fish, würd ich sagen. Ja. Speeder, fand ich, war okay. Ja, ich würd's bei... Ich glaub sogar bei Hello There setzen. Würd ich auch sagen. Hello There, ja. Äh, stimmt. Wo wir da... Ah, fand ich nicht so geil da. Auf Endor. Aber... Ja. Ja, Bigger Fish auf jeden Fall. Ja. Das war geil. Auf dem Todesstern. Mit Vader und Luke. I have the high ground, oder? I have the high ground. Das war schon geil. Das letzte Level, wo er aus dem Todesstern, war auch schon nice. Ich würd, I'm your father. Obwohl, es war der Abschluss so gesehen. Das war der Abschluss, aber... Äh, also... Es war nicht geiler als, äh, Ding. Ich würd hier so gleich ranken. Ich würd mit I'm your father. Genau, ja. Ja. Und ja, diese Levels haben wir nicht gespielt. Don't try it, Anakin. Don't try it. Also Bonuslevel und wie gesagt, wir wollten halt nur die Story durchzocken und... Naja. Ja, das war halt unser Ranking jetzt zu allen Leveln bei Lego Star Wars, die komplette Saga. Hat gebockt, ne? Hat's wohl geboxt. Hat gebockt. Können wir dann eventuell mit weiteren Let's Plays fortführen. Wenn ihr da Bock habt, lasst es gerne in den Kommentaren wissen. Und ja, würde ich sagen, sehen wir uns morgen bei einem weiteren Video wieder. Bis dann. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.